Berlin, Tag, Nacht, Amelie, Racheaktien gegen Dean Bei Berlin, Tag, Nacht hat Amelie mit Dean geschlafen. Der Seitensprung kam raus, daraufhin hat Olivia mit ihm Schluss gemacht. Amelie hängt noch immer an Dean und will ihn vergessen. Ihre Trauer verwandelt sich in Wut und plant deshalb gegen eine Racheaktien gegen ihn. Amelie, Beatrümper, fällt es schwer, mit Dean, Adonis Silvanovic, abzuschließen. Doch dank der Hilfe von Lynn, Laura Hink, verwandelt sich ihre Trauer schließlich in Wut. Amelie ist sehr froh, dass sie sich in ihrem Liebeskummer tiefvoll und ganz auf ihre beste Freundin verlassen kann. Amelie will nicht mehr um Dean trauern. Amelie hat keinen Bock, noch länger um Dean zu trauern. Allerdings fällt es ihr ziemlich schwer, ihn aus dem Kopf zu bekommen. Zum Glück gibt es Lynn. Sie schafft es, dass Amelie ihre Trauer in Wut umwandelt. Gemeinsam starten die beiden Freundinnen wenig später eine Racheaktien gegen Dean. Als der die Mädchen auf frischer Tat erwischt und sich aufrichtig bei Amelie entschuldigt, ist sie jedoch völlig überrumpelt. Einmal mehr weiß sie nicht, wie sie mit ihren Gefühlen umgehen soll und sucht Trost bei ihrer Freundin Lynn. Wie es weitergeht. Zeigt RTL 2 heute um 19.05 Uhr in der neuen Folge von Berlin, Tag nach. Mehr News und Infos zu BTRN, den Darstellern und die Vorschau gibt es hier bei Guxi. Dr. Clemens Verste kurせ